Wie verdienen wir unser Geld? Hallo und herzlich willkommen. Da ist der Christian von easyinschool.ch. Freut mich, bist du heute wieder dabei. Heute möchte ich dir mal kurz erklären, wie wir eigentlich unser Geld verdienen. Und da haben wir eigentlich zwei Optionen. Die findest du auch auf unserer Webseite. Punkt Nummer 1 ist das sogenannte Versicherungsprogramm-Mandat, der Makromandat genannt, wo wir deine Versicherungen grundsätzlich übernehmen, die bestehend sind oder die Neuen grundsätzlich für dich entsprechend verwalten dürfen. Und die Versicherung zahlt uns dann anhand der Prämie, die du zahlst, Prazent X kannst du auf der Webseite nachweisen, als Entschädigung. Also sehr transparent und klar. Und wie sieht dann natürlich die Ansprechperson bei dir bei der Versicherung, ausser es ist eine Krankenkasse oder Lebensversicherung. Dort erhalten wir dann für das abgeschlossene Produkt eine Provision. So, das ist Punkt Nummer 1, wie du mit uns zusammenarbeiten kannst. Punkt Nummer 2, wenn du diese Option nicht willst, also sprich das Mandat oder die Provisionierung, dann machen wir eine Honorarberatung. Wir machen genau dieselbe Dienstleistung wie bei der Nummer 1, aber wir stellen dir einfach nach dem Ersttermin, wenn wir das vereinbart haben, dann eine Honoraraufwandsrechnung pro Stunde bis zum Abschluss in Rechnung, die du uns bezahlst. Und du bist dann direkt bei der Gesellschaft und wir sind dann nicht für dich mehr zuständig. Du machst das direkt. Das sind diese zwei Wege, die wir sehr offen und ehrlich auch kommunizieren, wenn du uns auf der Webseite findest, weil ich finde es sehr wichtig, dass du weisst, wie wir unser Geld auch verdienst und ein gutes Gefühl hast und nicht das Gefühl bekommst, wir wollen dich abzocken. Das passiert leider noch sehr viel, da war auch dieses Video. Wie stelle ich da eigentlich eigentlich fest, dass jemand an mir Geld verdienen will und nicht so transparent ist wie wir? Ich habe mir zwei, drei Punkte aufgeschrieben, was so Anzeichen sind, dass jemand mit dir Geld verdienen will. Ich fahre mal an, wie man eine schlechte Beratung grundsätzlich erkennen kann. Punkt Nummer 1 ist eigentlich, dieses Art VG 45 abzugeben. Das ist Artikel 45 vom Versicherungsaufsichtsgesetz, die jeder Versicherungsmittel dir abgeben muss, wo du siehst, mit wem er zusammenarbeitet und wie er zusammenarbeitet, wo auch noch Datenschutz erwähnt ist, wo eigentlich die Person selber, die dir gerade Beratung gibt, eigentlich gegenüber sitzen sollte. Also wo eine Aufklärung darüber gibt, wie sie zusammenarbeiten mit der Gesellschaft, wie sie ihr Geld verdienen grundsätzlich, wie deine Daten festgehalten werden und entsprechend natürlich auch wie die Entschädigung ist. Genau. Also das muss er dir aushändigen und zumindest zeigen. Das ist Pflicht. Punkt. Also wenn dir das jemand nicht zeigt, schon mal sehr schlecht. Punkt Nummer 2 ist eigentlich, wie verdient die Person sein Geld? Also frag bist du gut auch mal, wenn es dir unklar ist, wenn es zu dir nach Hause kommt, hey, wie verdienst du dann dein Geld? Das ist eine berechtigte Frage. Da kann man transparent auch Antwort geben und sagen, hey, wir haben da und da daran das grundsätzlich. Das darfst du. Also das darfst du wirklich fragen grundsätzlich und du darfst auch fragen, was er dann daran verdient. Wenn er da sich ein bisschen drückt, aufgepasst, sagen wir es mal so. Dann natürlich, was Leute machen, die da schnell Geld mit dir machen wollen, sie machen einen sogenannten künstlichen Zeitdruck. Das heisst, sie sagen dir, ja, du wusstest das bis morgen oder bis am Montag muss ich das von dir wissen, weil sonst irgendwie kann ich dir das nicht mehr so anbieten, wie es dann war. Bullshit. Klar, wenn du drei Monate wartest, realistisch gesehen, kann das Angebot wirklich ändern bei den Versicherungsgesellschaften, aber in der Regel hat eine Offert oder ein Angebot eine Gültigkeitsdauer darauf, bis wann das es gültig ist und dann hast du ja auch keinen Zeitdruck, auch wenn dir das der Berater oder der Beraterin macht. Noch ein wichtiger Indikator ist, es werden keine Fragen gestellt. Also wenn die Person, die zu dir nach Hause kommt, keine Fragen stellt über deine aktuelle Situation, wie deine Zukunft aussehen soll beispielsweise und was du sonst noch in deinem Leben so treibst, nicht vorlieben, aber vielleicht hast du gewisse Risiken, die du da dann gar nicht gedacht hast und ich hätte für dich interessiert, aufgepasst. Dann immer noch ein Klassiker grundsätzlich, der sehr viel basiert und zwar Gesundheitsfragen werden ignoriert. Thema Krankenkasse, immer sehr wichtig, diese Gesundheitsfragen wahrheitsgetreu auszufüllen, wie gross, wie schwer das man ist, was hat man gehabt in den letzten fünf Jahren. Das ist sehr wichtig, weil glaube mir, wenn du etwas Wichtiges nicht deklarierst, die Versicherung findet heraus. Weiter ein wichtiger Punkt für eine unseriöse Beratung ist, wenn gewisse Fragen einfach nicht beantwortet werden oder noch besser, wenn die Fragen dir nicht direkt beantwortet werden, sondern sie werden grundsätzlich einfach so schön umschifft oder man gibt dir nicht die andere, die du gerne hättest. Das ist das ganz klare Anzeichen von einer schlechten Beratung. Und dann auch der Klassiker, den ich liebe, alles neu machen und den Rest kündigen. Das heisst nicht, dass alles, was du schon hast, ist schlecht. Man muss jetzt alles neu machen. Nein, man kann gewisse Sachen bestehen lassen, optimieren oder anpassen, wie auch immer, aber man muss nicht immer alles neu machen und neu abschliessen, weil dann geht es auch wieder nur um eins um die Tasche deines Beraters. Dann mein Klassiker, die Freudesliste aufschreiben. Ich liebe es, wenn ich Kunden habe, die mir sagen, muss ich dir jetzt noch 10 Empfehlungen geben? Nein, musst du mir logischerweise nicht, weil ich weiss, sollst du jetzt zu unseren Kunden kommen? Also auch wenn jemand sagt, hey, gib mir noch weitere Empfehlungen, dann ist das immer ein Zeichen, dass grundsätzlich ein bisschen schlecht ist, weil sorry, ein guter Berater bekommt auch so weitere Empfehlungen. Punkt. Dann auch noch ein Punkt, den ich sehr oft bemängle, ist die Verzicht auf die Dokumentation. Sprich also, wenn du etwas mit dem Kunden besprichst, dass du entsprechend die Dokumentation hältst, also den herausgefüllten Antrag oder das VG 45, die Bedingungen und so weiter und so fort, dass du einfach eine Kopie verlangst oder ein Scan, schnelles PDF, ist diese gemacht. Wir haben das für unsere Kunden zum Beispiel auch bei uns intern noch abgeklebt, dass du jederzeit das erhalten würdest, wenn du es willst, weil du hast recht darauf. Und dann natürlich auch immer das Thema, das viele vergessen, Kopf und Bauch sagen Nein, aber man macht es dann doch. Wenn dein Kopf und dein Bauch Nein sagen, dann bitte sagen, hat mich gefreut, dich kennenzulernen, aber ich glaube, das wird nichts mit uns und entsprechend höflich verabschieden und das war's. So, das sind sicherlich mal so Punkte, die du dir beachten musst. Last but not least, wenn du gedrängt wirst zu einer Unterschrift, ist das auch nie gut. Passiert sehr oft und aus meiner Sicht, dort muss man einfach immer ganz klar das Ganze rational anschauen und Nein sagen können oder wenn es stimmt, logischerweise ja. Aber ich möchte dir mit diesem Video eigentlich mal ein bisschen sensibilisieren, wie wir unser Geld verdienen und wie es andere machen und wie vielleicht der gute Weg da ist und was der schlechte Weg ist. Jetzt würde mich noch deine persönlichen Erfahrungen wohnen, dann schreib es doch mal in den Kommentaren, was hast du für eine Erfahrung gemacht. Sei es positiv oder negativ, würde mich sehr wohnen und wenn du es noch nicht bist, dann hoffentlich bald, sei es in Schubo. CH, ich freue mich von dir zu hören. Pass auf dich auf, deine Versicherungskarte Christi. Ciao. Ciao.